Willkommen zurück, mein Name ist Sascha. Heute haben wir wieder mal ein Video zur flachen Erde. Außerdem geht es um die Corioliskraft, die wieder zu einem Experiment führt, das diesmal leichter durchzuführen ist als die Berechnung des Abstandes zur Sonne. Zumindest ist es mathematisch leichter. Ja, mir fallen noch einige weitere Experimente hinsichtlich des Modells der flachen Erde ein. In diesem Video geht es jedoch erstmal nur um ein Experiment. Fangen wir also an und fragen, was die Corioliskraft ist. Diese Kraft ist eine Scheinkraft, die in rotierenden Systemen auftaucht. Betrachten wir eine drehende Scheibe, zum Beispiel ein Karussell. Auf dieser Scheibe markieren wir zwei Punkte, die in einer Linie zur Drehachse liegen. Ausgehend von den markierten Punkten können wir links und rechts Abstände beschreiben. Wenn das Karussell still steht und wir werfen einen Ball vom inneren Punkt zum äußeren, ist nach links oder rechts keine Abweichung geschehen. Wenn sich das Karussell nun dreht und wir werfen den Ball erneut, hat im Moment des Loslassens eine gewisse Bahngeschwindigkeit, die vom Abstand zur Drehachse abhängt. Gleichzeitig hat er auch eine Geschwindigkeit in Richtung des Randes des Karussells. Der äußere Punkt hat eine höhere Bahngeschwindigkeit als der innere Punkt. Das heißt, wenn wir den Flug des Balls nur vom Karussell aus betrachten, scheint es, als würde der Ball eine Beschleunigung senkrecht zur Linie erfahren. Kraft ist Massimalbeschleunigung. Die Beschleunigung ist nur scheinbar, also ist die ausgeübte Kraft eine Scheinkraft. Nun vergleichen wir die Wirkung der Coriolis-Kraft auf die beiden Modelle der Erde, das Globus-Modell und das Flachmodell. Dabei werfen wir den Ball möglichst genau nach Süden. Beim Globus würden wir den Ball in Richtung Äquator werfen, bei einer flachen Erde in Richtung des Randes. Werfen wir also den Ball. Beim Globus-Modell würden wir eine Abweichung nach Westen sehen, da die Bahngeschwindigkeit beim Äquator größer ist. Das gleiche könnten wir auch bei einer flachen Erde beobachten, sollte sie sich drehen. Nun gehen wir über den Äquator hinaus, was beim Globus-Modell zur südlichen Hemisphäre führt. Werben wir den Ball nun wieder möglichst genau nach Süden. Bei einer runden Erde hätte nun der Ball beim Loslassen eine höhere Bahngeschwindigkeit als der südlichere Zielpunkt. Also würden wir eine Abweichung nach Osten erkennen. Bei einer flachen Erde wäre jedoch weiterhin die Bahngeschwindigkeit des Zielpunkts höher als die des Abwurfpunkts. Folglich gäbe es hier weiterhin eine Abweichung nach Westen. Sollte die Erde sich nicht drehen, wäre natürlich gar keine Abweichung durch die Corioliskraft erkennbar. Offensichtlich ist für dieses Experiment ein Ball ungeeignet. Besser wäre ein Geschoss, mit dem man auf mehrere Kilometer noch präzise treffen kann und das sich möglichst wenig durch den Wind beeinflussen lässt. Nun fordere ich diejenigen, die am Modell einer flachen Erde festhalten, dazu auf, dieses Experiment durchzuführen. Damit lässt sich wunderbar zeigen, ob sich die Erde dreht, in welche Richtung sie sich dreht und ob sie flach oder rund ist.